Wir erklären den TUI-Zusammenschluss. Das ist Tim. Er arbeitet für die TUI in Deutschland und kennt das Unternehmen in- und auswendig. Er hat auch schon viel über den Zusammenschluss zwischen der TUI AG und TUI Travel gehört. Aber was bedeutet das genau? Und welche Auswirkungen hat das auf seinen Arbeitsplatz? Seine Kollegin Maria arbeitet für die TUI in England und ist schon gespannt. Was diese Verbindung für die Kunden bedeutet. Beide freuen sich auf die gemeinsame Zukunft. Der Markt verändert sich, also müssen auch wir uns verändern. Stärkere Konkurrenz und immer anspruchsvollere Kunden kurbeln den Wettbewerb an. Damit TUI also die Top-Marke bleibt und das Unternehmen langfristig wächst, müssen wir unsere Stärken bündeln. Dazu verbinden sich die TUI AG und die TUI Travel. Mit diesem Zusammenschluss integrieren wir alle Services und touristischen Angebote unter einem Dach und gestalten das gesamte Urlaubserlebnis. Für den Kunden bedeutet das eine ganzheitliche Betreuung und gleichbleibend hohe Qualität. Von der Buchung bis hin zum Ende seiner Reise. Wir wollen mehr Kunden für unsere eigenen Hotels, Clubs und Kreuzfahrtschiffe begeistern. So können wir differenzierte Angebote bieten. Einzigartig und exklusiv. Die TUI will dabei auch für die Mitarbeiter nur das Beste aus dem Zusammenschluss herausholen. Tim und Maria arbeiten zukünftig in einem internationalen Unternehmen mit einer starken und bekannten Marke. Das bedeutet auch für sie bessere Entwicklungsmöglichkeiten und noch mehr Karrierechancen. Damit in Zukunft alles reibungslos läuft, stellen wir Kontinuität im Management sicher. Fritz und Peter bringen ihre Teams zusammen und bündeln ihr umfangreiches Know-how. Maria und Tim können sich also auf eine starke Führungsspitze verlassen. Der Zusammenschluss eröffnet unseren Mitarbeitern neue Chancen. Unsere Kunden erhalten einzigartige Urlaubserlebnisse und unsere Anteilseigner profitieren von mehr Wachstum. Das Management, Maria, Tim und alle anderen Mitarbeiter freuen sich auf die neue TUI. Wir halten Kurs auf eine vielversprechende Zukunft.